Hallo Freunde! Heute tauchen wir tief in eine der mit größter Spannung erwarteten Neuerscheinungen in der Sportwagenwelt ein, die Chevrolet Corvette Zora 2025. Sehen wir uns im Detail an, was die Corvette Zora 2025 zu einer bahnbrechenden Maschine macht. Beginnen wir mit dem, was sich unter der Haube befindet, obwohl es sich in diesem Fall hinter dem Fahrer befindet. Die Corvette Zora 2025 wird mit einem 5 5L V8 Motor mit Doppelturvolade, der mit einem Elektromotor gekoppelt ist, die Leistungsgrenzen verschieben. Ja, Sie haben richtig gehört, Chevrolet ist beim Zora auf Hybrid umgestiegen, aber dies ist kein typischer Hybrid in Sachen Kraftstoffeffizienz. Bei diesem Setup geht es rein um Leistung, in dem Verbrennungsmotor und Elektroantrieb für eine atemberaubende Gesamtleistung von über 1000 PS kombiniert werden. Bei diesem Hybridsystem geht es nicht nur um mehr Leistung, sondern auch um die Optimierung von Drehmoment und Beschleunigung. Der Elektromotor ist vorne montiert und bietet ein Allradsystem, das die Bodenhaftung maximiert und sie wie nie zuvor von der Strecke bringt. Wir sprechen von 0 auf 60 Meilen pro Stunde in unter 2,5 Sekunden, was den Zora nicht nur schnell, sondern zu einem der schnellsten Serienautos auf dem Planeten macht. In Bezug auf die Handhabung übernimmt der Zora alles, was wir an der Mittelmotoranordnung der C8 Corvette lieben, und legt noch ein paar Gänge höher. Chevrolet hat die Federung fein abgestimmt und aktive Aerodynamik, DS und hochmoderne elektronische Stabilitätssysteme hinzugefügt, um sicherzustellen, dass dieses Auto wie eine Rennstreckenwaffe auf der Straße haftet. Das Chassis wird voraussichtlich noch mehr Kohleförser-Elemente enthalten, um Gewicht zu sparen und die Steifigkeit zu verbessern. Dadurch wird sichergestellt, dass sie wie eine Rakete beschleunigen. Der Zora bleibt auch bei atemberaubenden Geschwindigkeiten stabil und gelassen sprechen wir nun über das Design. Die Corvette Zora übernimmt das aggressive, kantige Styling der aktuellen Corvette mit Mittelmotor und verstärkt es. Die Aerodynamik spielt eine große Rolle bei der Optik dieses Autos mit aktiven AER-Elementen wie einem ausfahrbaren Heckfügel, Frontsplitter und Lüftungsschlitze, die den Abtrieb und die Kühlung optimieren. Jede Linie und Kurve an der Karosserie des Zora dient nicht nur, der ästhetisch, sondern erfüllt auch einen funktionalen Zweck zur Verbesserung seiner Leistung erwarten Sie größere Einlässe, breitere Kotfügel und ein ausgeprägteres Heck. Um den Hybridantrieb und das Allradsystem unterzubringen, der Innenraum ist ebenso beeindruckend, wie das äußere Chevrolet wird voraussichtlich das bereits fahrerorientierte Cockpit des C88 übernehmen und es mit fortschrittlicherer Technologie und luxuriösen Details in die nächste Generation bringende Zor wird wahrscheinlich ein voll digitales Kombi-Instrument, einen größeren Touchscreen und hochwertigere Materialien wie Alcantara-Leder und Kohlefaser besitzen aber trotz all der Technologie wird. Er immer noch das minimalistische, von Kampfjets inspirierte Layout beibehalten, das dem Fahrer an die Mittelpunkt des Erlebnisses, schließlich ist dieses Auto zum Fahren gebaut, nicht nur um gut auszusehen. Reden wir jetzt über den Preis. Bei all dieser Technologie, Leistung und diesem Luxus dürfte der Zora die teuerste Corvette aller Zeiten sein. Chevrolet hat den endgültigen Preis noch nicht bestätigt. Experten schätzen, dass der Zora bei etwa 200.000 Dollar starten wird. Das mag happig klingen, aber wenn man bedenkt, dass der Zora es mit Supersportwagen von Ferrari, Lamborghini und McLaren aufnimmt, die oft das Doppelte oder sogar Dreifache kosten, sieht es plötzlich wie ein Schnäppchen aus. Die Produktion des 2025 Chevrolet Corvette Zora wird voraussichtlich limitiert sein, was ihn nicht nur zu einem Leistungsmonster, sondern auch zum Traum eines Sammlers macht. Chevrolet weiß, dass der Zora nicht einfach nur eine weitere Corvette ist, sondern der Höhepunkt dessen, was die Marke in Sachen Innovation, Leistung und Design erreichen kann. Während die Automobilwelt sich in Richtung Elektrifizierung und Hybridisierung bewegt, stellt der Zora die ultimative Fusion aus klassischer Muscle Car und New Age Technologie dar.